hallo hallo und willkommen zu star wars video und republic mal wieder im online gefecht und ich freue mich wieder aufnehmen zu können und wir haben immer noch den gegner von lord the bears oh mein gott So. So, immer noch in Kapitel 3. Ich weiß nicht, dass es bei Barbaros eines der längsten Kapitel war, aber ich könnte mich auch täuschen. Ich könnte mich auch vielleicht täuschen. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ah! Was man nicht weiß, dass das Mädchen einfach so unschuldig ist. Ich glaube. Ich glaube eher nicht. Generell. Ja. 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 Ich bin bereit. ich würde es aufnehmen, wollen ich ins Skype fahren, ja, Lord Flandry Scarlet, oi oi oi, wir haben aber vieles zu tun, ach ja, ach das Mädel, da müssen wir hin, um die Nägel-Quest zu beenden, mal wieder habe ich vergessen, wo das war, aufzulegen, und was habt ihr heute so gemacht, das werdet, schreck, das werdet ihr morgen sehen, also wie geht es euch eigentlich, soweit gut, Stress bei der Arbeit oder so, das ist wie ein Fluch, der nicht weggeht, habt ihr auch so einen wertwürdigen Fluch mehr, also ich nenne es manchmal Fluch, weil wenn ich etwas suchen will, zum Beispiel finde ich etwas immer gruselig, zum Beispiel bei Alice habe ich oft das gruselige, das gruselige, wo man denkt, willst du mich eigentlich jetzt komplett verkackt, Iron, das habe ich immerhin, also, oh Gott, du wirst immer spezieller, mein Lady, ah, ich glaube ich muss dann danach hin, auf jeden Fall, ja, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich etwas suchen will, ich finde es nicht, und etwas anderes suche, und dann finde ich es schlussendlich wieder, was ich vorher nicht gesucht habe, weißt du, so nach dem Motto, so nach dem Motto, ich habe es zwar gesucht, aber das war eine falsche, Situation sozusagen, und manchmal möchte ich mir einfach denken, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Paula, ich habe es nicht, weil ich euch immer noch nicht schlussendlich, garst du mich einfach nicht ... und dann habe ich es! Und dann schauen wir, wenn ich das 하지, wir alles machen, nochmal mal auf und dann sind wir natürlich auch nichts, weil ich habe es nicht compartiliert, ich arbeite das zu mir leitens, wir wollen euch also meine Lieblings, wir wollen uns nicht ganz klar, wir wollen auch nicht, Das tut ruhig, ich war es nicht, Chelser war es. Ach, Chelser war es. Ab und zu habe ich echt eine Vollmeiße. Ah, das ist unser Hauptquess. Das ist unsere Hauptquess, unsere Nebenhauptquess. Das wusste ich z.B. nicht mehr. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch, und tschüss, irgendwas stimmt mit mir, aber wahrscheinlich nicht. Oder generell. weiter 10 Töten na Baby einfach vergiftet das ist bitter elegant auf den Schlagfeld ich heide dich kurz, weil du es echt ein bisschen nötig gehackst für ganze Periode bevor es vergift sich ihre Wirkung gezeigt hat wie sieht es eigentlich ich mag dich aber manchmal bist du echt gruselig aber hey ich mag gruselige Charakter jetzt gehen wir rein gehen wir rein Entschuldigung das werde ich auch hoffen my lady äh what egal ich habe nicht ernsthaft my lady gesagt oder wenn ja schreibt sie in die Kommentare dann ein äh ach das wird Schettel ich habe gedacht das war die nicht gerade oh was ist das denn eine schlechte Rüstung braucht nicht überall ist es nicht ach das war aha ein 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 an ein ein so wo muss ich hin? Karte ist eigentlich nur eingängig, aber wie ich mich kenne, dass ich bestimmt halt wie ich mich halt kenne, dass ich manchmal sogar die leichte Karte vergesse und das muss man erst mal schaffen na gut, ich heiße ich heiße generell diese Karte, aber ich weiß, ich echt auch schön ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Oh! He he he! Oh fuck! Das hätte ich brauchen können, aber nein. Sie ist einfach so mega stark und das mag ich. Und ihr vor allem gezielte Marbilanke. Auch schlecht. Rüstung schlecht. Ich bin momentan echt gut ausgerüstet. So, ich glaube wir sind da, das sieht gut aus. Okay, das sieht gut aus. So, alle voll geheilt. Alles gut. So, alles gut. Ich mache euch ein Angebot. Lebt es ab. Eure Bande wird mein Zorn zu spüren bekommen. Kämpft gegen mich, denn ihr bekommt die Gelegenheit die größte Beute auf ganz Belsavis zu besiegen. Aber wenn ich gewinne, müsst ihr dem Imperium dienen. Ich mache euch das. Ich mache euch das. Ich habe meine Stärke bewiesen. Dient nun dem Imperium. Helft uns die anderen Fremdlinge im Gefängnis in Schacht zu halten. Wenn sich nur einer aus Ordenreihen widersetzt, wird die gesamte Horde bestraft. Käpt'n Vendor, die Trandoshaner sind einverstanden, die Aufsicht über die Fremdlinge zu übernehmen. Großartig. Ich werde Truppen schicken, um sicherzustellen, dass diese schummigen Monster da horchen. Besorgen den Echsen Schockrenzbilder. Wenn sie nicht spuren, versetzen sie in einen Schlag. Eine schlaue Echse. Mit diesen Schurken auf unserer Seite haben wir den Flügel schnell gesichert. Ich schicke ein imperiales Team, um ihre Basis nach Schmuggelwaren zu durchsuchen. Ich werde an euch denken, falls ihr etwas finden. In der Zwischenzeit sende ich meine begeisterte Beurteilung eurer Leistung an Commander Kahn. Wenn noch, Ende. Nope. Nope. Ach, schade. Oh, tausend. Tausend Gedönsen. Äh, bin ich hergekommen. Ah, es war unten im Keller. Im Flander Keller. So, das haben wir mal, ähm, das haben wir mal geschafft. Jetzt haben wir eigentlich alles vom Flügel geschafft, oder? Äh, sieht gut aus. Ach, in der Nähe ist also der Hauptquist. Das ist ja irgendwie... Fakt. ich könnte Erfahrungen sammeln, aber ich bin zu faul ich freue mich jetzt zu faul ich bin 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 zu faul